Das ist natürlich spannend für Trainer, Athleten, Zuschauer. Nikita Nagorni. Nikita Nagorni ist Mannschaftskollege von David Beljavski, allerdings ein paar Jährchen jünger. Vielleicht haben wir die Möglichkeit nachher am Boden ihn zu sehen. Das ist unfassbar, was er da zeigt. Nikita ist Jahrgang 97, 21 Jahre, das ist für einen Männertor noch sehr jung. Also er hat seine Karriere noch vor sich und es scheint mir doch stark, dass das noch eine erfolgreichere werden könnte, wie es bisher der Fall war. Also die Russen haben echt wieder eine goldene Generation. Sehr schöne Übung. Das ist ja auch immer ein Zeichen, also er annonciert das Duell gegen Christopher Jursch. Das ist immer die Frage, wenn ein Team einem ausländischen Turner, der meistens der letzten Turner sein sollte, gegen einen deutschen Athleten setzt. Spricht das für die Qualität des deutschen Turners. An den Ring ging das Duell für Arte Dachshund aus. Zwei Scorepunkte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.